So Eben noch Aufnahme Verdammt, jetzt wollte ich eigentlich gerade im Anschluss hochladen Das ist egal, egal Leitung geht ja zum Glück gut Ähm, ja Jetzt, ich versuche mir jetzt mal nicht Werte über Politik aufzuregen, denn das führt zu nix Das Wird es mir mal nicht sagen Oh, ich dachte schon Hier wäre einer drin, ne Ich meine nicht über Politik aufregen, denn das führt zu nix Das macht eigentlich nur traurig Und manisch depressiv Äh, sondern Ich will jetzt mal ganz was anderes gucken Äh Wie sieht's denn aus, wenn ich da so ein Türmchen hinbaue Wie könnte ich das denn wohl Bewerkstelligen Dass das Für mich gut zu erreichen ist, ich auch nicht In Monster reinlaufe Äh Äh Ich glaube, da mache ich das ganz anders Ich mache kein Türmchen Ich lasse die ein bisschen bis zum Ende auslaufen Die Treppe und mache Ah Wie geht's, ich habe an einer Werkbank festgegangen Und mache dann So eine Art Pyramidenartigen Abgang So So und so Dann machen wir nochmal Können wir nicht schaden So, jetzt kurz Brainstorming Brainstorming Ähm Ja Äh Brainstorming Nacht HD Ultra C1 Available Yeah Soll ich's mal wagen Ohne Rüstung Ohne Schuh Hey Ist der doch hier irgendwo unten drin Wo ich ihn nicht sehen kann Wahrscheinlich Skeletor Ich finde dich Glaube ich Oder versteckt er sich hier Der wird doch nicht Nö Der wird nicht Ach Keine Ahnung Wo der Lurch ist Ist mir jetzt auch Wumpe Solange er nicht hier ist Hm So Haben wir's ja fast geschafft Eigentlich muss der Baum Dann noch weg Ich hab immer Angst Wenn hier die Sonne Noch nicht ganz draufsteht Dass hier noch Viecher sind Aber Die sind alle da Irgendwo Mhm Ach Ich kann mich ja wieder hochbauen Autsch Feather Mr. Slime Ich hoffe jetzt Jetzt backt die Grafik Nicht gleich wieder rum Man könnte ja mal Ne Haben wir hier eigentlich Irgendwas schönes drin Oder haben wir alles Geplündert gehabt Wir hatten alles Geplündert Das stimmt ja Da war nix mehr zu holen Deswegen hole ich's mir Bei holz Oh ha 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 Ladenwitz Jetzt lass mich da raus Lass mich da raus Ich will zu meinem Buggybäumchen Oh das steht noch Steht ja noch im Stamm Ich Schlaumeier Natürlich alles Wegholzen Was hier Holz ist Bringt uns auch Natürlich wieder Eine Menge Holz Schönerweise Jetzt kannst du bloß Nicht immer sehen Wo hier was drin ist Hier zum Beispiel Der Richtung ist ein Monster Ist da zwischen den Bäumen Gut so lange er mir nicht zu nahe kommt Sollts mich nicht stören Wer auch immer da hinten rumlungert Freut mich Diesmal läuft das alles ohne Grafikbugs ab Sehr schön Könnte ich das Ding jetzt eigentlich auch mal weg machen Hab ich einen Apple bekommen Ich hab keinen Apple bekommen War ja klar Nehmen die Staplings wieder Snacken Das wäre ein Apple Ich habe einen Apple Ich habe einen Apple Cute Dann bauen wir nämlich Bauen wir oder bauen wir nicht Das ist ganz egal Mich interessiert es eh nicht So 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 Und den kriegen wir auch noch Jawohl Dann können wir jetzt hier nämlich Treppenartig hinunterbauen Ach das hätte ich gar nicht machen müssen Okay Und Dann sind wir ja fast da Angekommen Wo wir hinwollen Einmal Zweimal So So Ich sag's übrigens nochmal gerne Immer wieder Wenn mir die Frage langsam So ein Leicht auf den Sack geht Die Wann gibt's wieder Supremacy Folgen Frage Erstmal gar nicht So Das hätten wir geklärt Und Ich freue mich ein bisschen Dass ich gleich wieder Star Wars aufnehmen kann Weiter Und Simultan dazu Ach shit Jetzt war es schon einer zu viel Siehste Und simultan dazu Weißt du Das war das dann So 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 Ach verdammt Und Simultan dazu Dann noch alles hochladen kann Freut mich nämlich Diese Leitung langsam richtig Ausnahmsweise hat die Telekom Hier wirklich mal was Gutes getan Sonst war es ja immer nur ärgerlich Mit dieser Bambusrohr Todesleitung Aber Jetzt funktioniert alles Ab und zu muss man natürlich bei gewissen Sachen ein bisschen Nein Bei gewissen Sachen ein bisschen tricksen So die üblichen Querelen da Mit Mit Bevor die LED spawnen kommen Gib nochmal Gib nochmal Gib nochmal Gib nochmal Äh Die ganzen üblichen Querelen mit Fleisch Mit 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 Jetzt habe ich es ganz vergessen Ähm Genau Mit 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 Unterlichtgeschwindigkeit Mit Mit Cookies löschen Und den ganzen Quatsch Die habe ich natürlich immer noch Aber die waren früher wesentlich schlimmer Äh Bababam Ich würde sagen Wir verschwenden kein Dirt Äh Kein Kein Cobblestone mehr Um da Kann ja auch alle abreißen hier Und packen stattdessen unten in das Fundament statt Cobblestone um den Satz jetzt endlich mal zu Ende zu führen Packen wir da einfach Dirt ein You know So dass das dann Hier so dreckig aussieht Ist das eine ungerade Zahl Stimmt ja was nicht Warte Eins Zwei Oh ja Ich habe schon zu viel gemacht Ich Dümmerchen Ne Warte Passt Passt nicht Ha Ich hatte zu viel gemacht Ich wusste doch Na gut die hätte ich auch lassen können gerade eben So Jetzt passt das Machen wir noch hier Dann auch hier Und da kann auch mal zu Der kann weg Der kann dahin Der kann dahin Der kann dahin Und dann haben wir es eigentlich auch schon In voller Pracht und Blüte Fast So ein bisschen fehlt noch Unter anderem hier die Die Treppe Die und die Und die Und die Müssen wir es gleich nochmal hochbauen Äh Aber zuerst will ich da Jetzt nämlich Erste Treppe gesetzt So Sieht auch einigermaßen schnieke aus Ich bringe jetzt kurz nochmal Zwei Monster Fernhalter an So Ah ist das schön Und erstmal eine Runde Schnarchen Ist ja gleich soweit Kurz nochmal Das können wir vorher nochmal machen Zwölf Samen Dann will ich sie mal sehen Die Damen Bisschen wenig eigentlich Haben wir mehr erhofft Gut Äh Nicht immer aufs Feld treten Junge Hab ich es gerade kaputt gemacht Ne Ich dachte So Erstmal eine Runde schlafen Gerade übrigens auch noch relativ frischer am Morgen Muss ich mir auch mal eben strecken Äh Relativ frischer am Morgen Heißt in meiner Sprache Äh Kurz vor elf Und ich hab echt schon Na schon gemacht Die zwei Folgen Minecraft aufgenommen Plus die hier jetzt Und jetzt hab ich schon wieder was vergessen Brod wollen wir machen Brod wollen wir machen Äh Plus diverse Kleinigkeiten erledigt Oh Wir haben wieder genug Weizen Und Stack für noch ein Brot Gut Verhungern werden wir nicht so schnell Ich bin erfreut Ich bin erfreut Slime haben wir jetzt endlich mal Wir können also mit Pistons arbeiten Bald Und für was der alte Schleim sonst noch gut war Man kann hier von oben auch immer so schön einsehen Wenn wir die Bäume noch wegholzen Welche Monster hier rumlaufen Dann mach ich mir hier glaube ich Noch so einen kleinen Wallring drum Aber dann kannst du die wieder nicht sehen Ein Zaun wird reichen So ein kleines Zaun rum Das kann auch mal weg Und dann sind wir eigentlich sogar relativ safe im Abstieg Ja der kann weg So Alles verschwendeter Koppel Weil der Alllet in die Tiefe fliegt jetzt Ich überlegte mir auch schon Ob wir irgendwie sowas machen Dass man hier mit Pferden lang kann Wisst ihr Dass man halt nicht immer nur Ne das meine ich noch nicht Dass man nicht immer nur laufen muss Sondern dass wir auch hier mit Tieren lang können Aber allerdings wird das auf den Inseln wirklich glaube ich doch zu eng Zu kritisch Da müssten wir überall schon Bevor wir da hinreiten Eine Barriere hinbauen Damit wir da nicht runter crashen Und Ne Noch mal gehen Ne das wird nix Das wird nix So Erstes Minecraft gleich hochgeladen Noch 13 Minuten Für 1,88 GB glaube ich Das ist doch schön Das ist doch schön Raste ich heute richtig aus mit dem Upload Vor allem gestern Schrecke kriegt Weil auf einmal der Browser so lahmarschig war So richtig die Uploadgeschwindigkeit Unterirdisch Ich war wieder bei meinen berüchtigten 335 plus Minuten Die er mir sonst früher auch immer angezeigt hat Also Bambusleitung Ne und da Da der Rest über Steam normal lief Dachte ich Moment Es kann ausnahmsweise doch nicht an der Telekom liegen Muss andere Gründe haben Ich also wieder geguckt Scheiße Hättest mal wieder ein paar Sachen löschen müssen im Browser Ja Alles gelöscht Hat auch ungefähr 2 bis 3 Minuten gedauert Bis er alles durch hatte Und dann lief wieder alles flüssig Das hat mich extrem gefreut So Da ist wieder Kohle Kohle Ey ich kann ja gleich mal da rüber laufen Und mir die Sachen einsammeln Die da liegen Haha Keine Monster Nee Haha Oh wie ich das Gain jetzt unterdrücken muss Das ist ekelhaft Oh nein ich trinke keinen Kaffee Kaffee ist eklig Ich kann den nur mit einem Pfund Zucker trinken Und dann wird's Kalorienbombe Das lass ich dann doch lieber Ich will dort 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 Dürde mich erlarmen Ich will dort Ich will dort Das sind nicht so viele Löcher Ich will dort Ich will dort Das riecht nach Enderman Noch und Löcher Hier ist auch noch alles voll Wir werden hier so rumgesifft Alter Mensch 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 Und zack Dann bauen wir nochmal was um Das gefällt mir nämlich besser Wenn das so ist Ja Mir zumindest gefällt das besser Dann können wir hier nämlich nochmal Das war doof Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ja Teil 1 fertig Jetzt ist der Penis hier im Weg Mann ey Ich baue ich gleich auch mal von oben ab Dann kann ich das Gerüst da oben nämlich endlich mal abreißen Das verschandelt mir die Gegend Aber das können wir in der nächsten Folge machen Denn jetzt ist wieder auf und am Ende Ein bisschen überzogen hier Und deswegen würde ich sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge Bis dahin Haut da rein Habt ihr Spaß Tschüss und Wir sehen uns